Hier ist ein Klo, wieso ist hier ein Klo? Uh, ha, lass mich in Ruhe. So ein bisschen, einmal kurz. Ja, nee, ist klar. Scheiße. Hä? Scheiße. Ja, das wollte ich auch mal fragen. Hallo YouTube, willkommen zurück. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten eine Sicherung gefunden. Und ich glaube, mein Headset ist noch zu laut. Wir müssen, glaube ich, noch... Ach, da unten ist... Da seht ihr mein Inventar. Eine habe ich. Und Mrs. Wilson lief hier rum, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich die Anersicherung gefunden habe. Ich weiß nicht mehr den Knopf, um mich zu verstecken. Hatte ich nicht auch eine Kamera? Ging denn das? Ich habe sie gehört. Glaube ich. Oh, oh. Bitte sei nicht laut, bitte sei nicht... Äh. Gib mir doch irgendwo einen Scheißschrank. Okay. Ich kann vorher weglaufen. Nein. Okay. Oh Gott, das Türenaufschließen ist schon so laut. Okay, hier müssen wir hinterher wieder hin. Kann ich... Nein. Ich hatte doch eine Kamera. Ach so, das ist schon die Kamera. Das ist aus. Äh. Eh. Ich... Was? Au. Das war laut. Okay, ich verstehe. Na? Was ist los, Anja? Wenn ich schleiche, macht das einen Unterschied? Da war ich vorhin drin, oder? Das geht mir ein bisschen zu langsam. Also kriechen hilft nicht, hinter Türen verstecken hilft nicht. Okay. Das war jetzt nicht so schlapp. Ich glaube auch nicht, dass sie immer an der selben Stelle ist. Ah. Ich habe nachgeschaut, ungefähr wie lange das noch geht. Wenn ich die Sicherung finden würde, würde es gar nicht mehr so lange dauern. Und es gibt ein Secret Ending. Da das sehr einfach zu machen ist, werden wir das auch tun. Ich finde nichts. Ich habe auch versucht, mich nicht zu sehr zu spoilern. Ich habe nur im Schnelldurchlauf gesehen, dass die Sicherung, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, auf Schreibtischen lagen. Ja, hier sind Betten. Hier war ich vorhin scheiße. Mist. Kann ich unterbetten? Ja, kann ich. Ich höre sie. Woh. Ich hasse diese Frau. Okay, ich gehe jetzt links und geradeaus. Hier war ich schon. Scheiße. Was ist hier? Kann ich da rein? Ich kann auch so toll springen. Kann ich auf Betten springen? Nee, nee. Nein. Okay. Auch wenn sie mich jetzt kriegt. Wie gesagt, ich kam raus. Links und wieder links ist nichts. Links und rechts. Da ist der Raum. Okay. Okay. Jetzt bin ich schon wieder raus mit meinem Orientierungssinn. Oh Gott, ist das... Alter, hier war ich noch nicht. Bitte komm jetzt nicht. Das könnte richtig sein. Nur mal zur Sicherheit. Ich höre sie nicht. Ich gehe jetzt raus. Gehe ich raus? Doch. Hier muss doch was sein. Das ist doch was ganz Neues hier. Nichts. Einfach gar nichts. Achso, es ist noch ein weiterer Raum hier. Ja, nicht so laut. Hier ist ein Klo. Wieso ist hier ein Klo? Okay, hier ist auch was zum Verstecken, aber... Ist hier vielleicht noch... Kann wir hierher? Kann wir... Oh. Yes. Und das Speicher hat. Ja. Kam doch hier nicht her, oder? Ich hoffe, sie hängt irgendwo... ...in den anderen Räumen fest. Oh Gott. Was ist das? Nix. 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 Muss ich jetzt da oder da? Gut, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube, hier war ich, ne? Oh ne, ich glaube, ich höre sie. Scheiße. Hä? Hä? Bin ich jetzt im Kreis? War ich doch. Hier. So. Nochmal. Da rein. Links. Oh. Ah. Ah. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht nochmal lang laufen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Kann ich hier rein? Kann ich hier bitte rein? Nein. Verdammte Kacke. Wieso ist sie denn jetzt hier? Ah. Lauf ich jetzt in die Arme? Uh. Ha. Dann trinke ich doch mal einen Schluck. Ja, ist jetzt nur die Frage, ne? Geht's jetzt weg? Ist jetzt hier? Oh Gott. Kann ich jetzt raus? Da höre ich doch was. Oh Gott. Warte, jetzt laufe ich wieder rückwärts, oder? Ach Mensch, die hat mich jetzt köre gemacht hier. Da ist sie einfach um die Ecke geschlendert. So war das jetzt hier richtig? Wird das dunkler? Hä? So, hier waren zwei Türen. Ich bin aber die linke gegangen. Das ist jetzt doch da, wo ich herkam, ne? Wenn ich das jetzt wieder gefunden habe, kommt sie mir wieder entgegen. Okay, hier war ich im Schrank. Das sieht doch hier hin. Scheiße. Bei der Blutspur. Scheiße, läuft sie mir wieder hinterher? Kacke, 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 kacke. Hab ich sie ausgedrickst? Hä? Ach Mensch, ich habe doch keinen Orientierungssinn. Erzähl doch jetzt gar... Ja, hallo. Ich finde, das ist ein Schrank. doch nicht mehr zurück. Jetzt bin ich einmal hier in diesem Abteil. Achso, warte mal hier rum, vielleicht. Ne, hier war ich doch auch schon. Ich kann mich doch mal rein. Hier geht's doch bestimmt wieder zurück. Ja, hier geht's wieder zurück. Das ist jetzt die Frage, wo muss ich hin? Da geht's da hinten nur im Kreis. Wir brauchen noch eine Sicherung. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann komme ich ja wieder zurück dahin. Und hier ist sie vielleicht jetzt nicht, weil sie nicht teleportieren kann. Scheiße, kann sie doch. Was soll denn das? Lass mich in Ruhe. Da geht's. Ja, ich weiß. Was soll ich hier drauf? Da geht's. Das ist jetzt nicht das, was ich hier drauf bin. Da geht's. Ist das ein Mist. Jetzt bin ich wieder hier, zufällig. Okay, vorher nicht gefunden, jetzt laufe ich dauernd hier hin. Ja, nee, ist klar. Lauf ich halt nicht hier hin. Jo. Vielleicht hat sie mich wieder. Ja, und hier ist eine Einbahnstraße, ne? Nee, doch nicht. Gibt's hier irgendwo einen Schrank? Scheiße. Ist ein Schrank, aber jetzt ist sie ja wieder weg. Ich glaube, wir sind immer rechts entlang. Gut. Da ist nichts. Oh, eine Sicherung. Finde den Elektro-Raum hier. Das kann dauern. Aber irgendwo... Scheiße. Scheiße. Ja. Irgendwo in der Nähe, wollte ich sagen. Müsste er ja sein. Ist das vielleicht sinnig, Richtung Exit zu laufen? Weil er da irgendwo war? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, der. Warte mal. Ist das der, wo ich die erste Sicherung gefunden habe? Habe ich ja nicht gesagt? Links und wieder links. Links? Okay, links und wieder links ist der Ausgang, aber... Ah. Wo ist der Strom? Strom-Ding ins Raum. Da war eine Tür. Wieso kann sie Türen gehen? Hier sind doch einfach eigentlich alle offen. Na. Ist der nicht irgendwo hier in der Nähe gewesen, dieser blöde... Das klingt nicht gut. Strom hat... Ich laufe dauernd im Kreis. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch so wenig Orientierungssinn hat wie ich. Okay. Lauf du mal. Ja, dann geh ich rechts, ne? Ja. Das kann doch nicht sein. Dann, äh... Mal links. Das sieht doch schon anders aus hier. Kein Speichern. Es wird nicht... Der hat doch jetzt nicht gespeichert, oder? Ist das Licht? Nee, 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 nee. Wo ist denn der Exit? Ich laufe mir nur im Kreis, ne, oder? Das ist der Exit. Ach, komm mal, die killt mich doch jetzt wieder vorher, oder? Oh Gott, ich dachte gerade, sie wär das. Dexit, Dexit, Dexit! Mach auf, mach auf. Um Gottes Willen. Hat's jetzt mal gespeichert? Was ist das eigentlich für ein Mauszeiger, der die ganze Zeit da oben rum wackelt? Warte mal. Hier, der hier. Wackelt der jetzt immer noch da oben rum? Hab ich beim letzten Mal schon gesehen. Sie ist ja jetzt nicht hier, oder? Könnten wir, könnten wir speichern, bitte? So ein bisschen. Einmal kurz. Hände desinfizieren. Ja. Haben wir gespeichert? Hä? Hallo? Waren wir das undeutlich? Ah, okay. Hm, das wird nicht undeutlich. So ein bisschen. Ah, Berg, Hackfleisch hier. Es ist verdammt dunkel. Wie mir jetzt hier entgegenkommt, ne? Dann hasse ich alles. Was sind wir denn hier? Oh, guck mal. Das ist mit Kamera. Das ist ohne. Ich glaube, ohne ist besser, ne? Oder? Ich glaube, ohne ist besser. Oder mit? Ich. Furchtbar. Ich würde gern ein bisschen mehr sehen können. Ich sehe nichts hier. Äh. Warte mal, was? Du musst doch hier runter. Hä? Muss ich nicht? Drücke ich denn hier schon wieder für Tasten? Warte, die Rennen- und Springen-Taste. Nö, dann gehe ich wieder zurück. Habe ich irgendeine Abzweigung übersehen? Kommt hierher? Hier komm ich her. Dann gehört rechts. Nicht gesehen, dass es dann rechts gab. Ja, das wollte ich auch grad fragen. Kriege ich eine Fackel? Oh, kriege ich keine Fackel. Also, nur noch mal. So für mich, ne? Wir machen Pizza ausliefern. Sind von Puppen weggerannt. Sind in den Keller. Sind vom Keller in eine Art Krankenhaus. Oder so. Und jetzt sind wir in einer... Keine Ahnung, sieht aus wie so eine Aztekenshule. Keine Ahnung, sieht aus wie so eine Aztekenshule. Nein? Wie löscht du das Feuer? Hallo? Ich würde gern das Buch lesen. Nee? Hä? Wieso kann ich hier nicht dran vorbei? Ich will wissen, was ich damit anrichte. Okay, wir haben wohl keine Wahl. Das Spiel im leichten Modus beendet ist ja scheiße. Ich hab's ja noch nicht mal auf normal oder so gestellt, ne? Okay. Oh! Das falsche Feuer? Da war nur ein Feuer. Da war doch nur ein Feuer, oder? Sind wir gerade an unserem Blut ersteckt? Was? Ähh... Oh... Ist das dann hábfleischhaufen...? Ja. Tschüss. AUAAAH! AUAH! AUAAAH! AUA AU arguments AUG Neue Puppe, Sie haben das Spiel beendet. Wir sind zur Puppe geworden. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Das ist doch der von Wand, 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 Wand. Wenn nichts Falsches, sagen wir mal Herr der Ringe. Danke fürs Spielen. Das war das Ende. Was passiert bei Fortsätzen? Wieder den Ausgang suchen. Ne, Moment, aber. Ich zeige euch das Secret-Ending. Das ist nämlich kackegal. Das ist nämlich, wo ich auch am Anfang darüber nachgedacht habe. Warten Sie Space gedrückt und ja, die Sequenz. Und ich kann mich nochmal kurz draus umgucken, weil das habe ich auch, glaube ich, nicht gemacht, oder? Oder habe ich das gemacht? Mrs. Wilson, ihre Pizza ist da. Was passiert, wenn ich jetzt hier lang latsche? Ich kann sehr weit hier reinlaufen. Das gehört nicht zum Secret-Ending. Ist das eigentlich eine Satellitenschüssel mal gewesen? Oder ist das ein... Ne, das ist doch so ein Riesen... Ne, nicht Riesenrad. So ein... Es bewegt sich sogar. Okay, ich habe Fragen, aber ich glaube, die werden nicht mehr beantwortet. Wieso hat sie sowas im Garten stehen? Ach, warte mal, sie hat doch vorher Kinder hier gehabt, ne? Kann ich hier nicht hoch? Ich möchte gerne mitfahren. So, auf jeden Fall ist Secret-Ending. Ja, da wäre ich ja schon weg, ne? Ist nix. Okay, ich würde mich auch wundern, warum hier jemand das so verbarrikadiert hat. Naja, wir wissen, wer jetzt alles hier ist. Ne, wir sind nämlich jetzt mal ganz brav und haben nur das Geld für die Pizza genommen. Und gehen einfach mal wieder. Hier fällt die Tür nämlich nicht zu. Kann ich die Türen damit zu machen? Nein. Ich hätte gern gesehen, zu welcher Puppe ich geworden bin. Schande über die Diebe. Wir haben ehrlich gewonnen. Funktioniert Ehrlichkeit was? Scheiße. Ja, Ehrlichkeit finde ich immer besser. Du hast das geheime Ende geschafft. Ja. Spiel dann noch einmal. Nein. Zurück zum Hauptmenü. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zu leid, dass ich so oft draufgegangen bin und einfach zu blöd bin, den Weg zu finden. Ah, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr froh, dass es zu Ende ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt auch super. Nehmt gerne auf Abonnieren. Und schreibt mir ganz viele Kommentare. Ich beantworte sie auch alle. Solange sich das im Maßen hält noch. Bei so einem kleinen Kanal wie mir schaffe ich das auch noch. Ja, dann auf jeden Fall nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020